Heute ist Sommernachstisch. Willkommen zu einer neuen Runde Tee, zusammen mit Dado, Judith, Wut, Kunran, Maxi, Nils, Payne und Miau. Ja genau. Miau. Hallo. Hallo. Miau, genau. Miau, genau. Während der Unmod war, wie fies wäre denn das bitte? Na ja, schon sehr fies. Oh, Maxi. Tickst du gleich. Der rechte Glyph war der gute. Oh mein... Ah! Hier brennt sie auf uns. Der rechte Lift, nicht den linken, der ist langsam. Oh, oh. Ach, come on, warum? Oh nein, irgendjemand hat mal eine Sniper geklaut. Nils, be careful. Du kannst ja auch mit anderen Spielen. Ich hoffe, ich habe mich nicht geklaut. Mein ganzer Traitor-Shop ist jetzt leer. Äh, was wollte ich gesagt haben? Ein Tor. Aufzuschubsen? Lauli, du darfst nur den rechten Aufzug hier verwenden. Äh, natürlich nicht aus dem Wasser aufzuschubsen. Der rechte Aufzug von den beiden ist der, den man benutzen kann. Der linke ist der, wo man stirbt. Hey, kann man nicht beide benutzen? Der Fahrstuhl ist schon da, Baloui. Das ist der Fahrstuhl. Ah, kaputt, ey. Du musst da rein, sonst kannst du nicht hüpfen. Ach, komm. Nein! Wir beiden, ne? Warum ist es die Waffe mehr? Nein, nein! Das war knapp. Da wollte ich meine Discombo leider reinhauen, ey. Warum seid ihr so gemeint zu mir, hm? Ich bin nicht gemeint zu dir. Obwohl ich den Link hingenommen habe, ja. Oh, 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 oh. Der Ton kam bei mir danach sogar noch, Daniel. Ja, ja, es war wirklich, ich hatte meinen Finger noch auf der Taste. Wahrscheinlich sogar, wenn du es nicht gewesen wärst, sondern irgendwer anders, war halt wirklich nur durch den Finger. Ich glaube sogar, dass... Fünf Leute haben es nicht geschafft, Max zu killen. Du hast ja bei Louis so gebatet, Alter, das war ja nicht mehr auszuhalten. Was ist denn so... Was passiert? Wie sind denn alle gestorben, die hochgefahren sind? Lemonade und Judy Bates. Und Julie hat irgendwie keine Ahnung, was bei Louis gemacht hat. Ich bin einmal auf so hoch, wollte mich umgucken und war schon tot. Also in dem Moment, in dem ich auf dich geschossen hab, lebt doch noch welche. Manchmal ist es einfach, ne, Schicksal. Nee, da war er früh gedrückt, ja, ach so. Ja doch, was soll er sonst sein? Selbst wenn er Dingens wär, wär's ja burscht. Also selbst wenn er, ähm, ähm, Miro mehr... Werden so ein Skyer von euch findet Chaos in das oder? Boah, wer macht denn den immer? Wir sind freundlich. Es gibt halt vor allem so viele gute Rollen. Okay. Also ich mag doch Chaos, aber ich krieg das immer so selten. Hier drin kannst du sowieso keinen töten, dem Aufzug. Hier ist doch das explosive Fass, oder? Aber hier draußen sagt's euch gleich. Konnte man von hier oben eigentlich auch auf das Ambulin springen? Ja, klar. Dafür ist es ja da. Leute, passt auf, wo ihr hinlauft. Jemand hört Chaos. Maxi ist aber heute auch. Das hört sich anders an. Was? Bleib unten. Passt auf, wo ihr hinlauft. Jemand hört Chaos. Oh Gott, es ist dunkel! Pain is it! Pain is it! What the hell? Kein Spy, ne? Konnte du auch? Nein. Oh nein, Nils hat mich umgebracht. Warte, geht das? Ich bin blink. Ich sag doch, du bist ein Cockblocker, Alter. Hat jemand gerade gesagt, ich wäre ein Cockblocker? Ich? Ich war doch gar nicht dort. Ich bin der Disco eigentlich perfekt. Das war echt die perfekte Woche. Das war ziemlich gut. Fahr mal auf zu. Ist es Nils? Pain war oben, ja. Nein, Pain hat sie gekillt. Balu, du bist hier lieb, oder? Nils, sag was. Das macht gar nichts, Balu. Das ist ein bisschen kuschelig, aber... Pass auf, da ist ne... Warum sollte Nils auch nicht leben? Maxi? Ja, oben sind wir... Oh, seid ihr lieb. Jetzt muss es aber konfirmen. Ja, das war dumm. Ich weiß nicht, wer von euch böse ist und wer von euch lieb ist. Ich bin so lange hier unten rumgelaufen. Okay, jetzt weiß ich nicht, wer von euch böse ist. Wenn jetzt irgendwas... Ich bin nicht einmal oben gewesen. Ja, dann... Also jetzt... Hilfe, Hilfe, Hilfe. Pain, lass dich doch mal in Ruhe hier. Ihr könnt an mich rankommen, hilf mir. A. B. Aber weißt du, dann kommt der Darm noch raus. Dieser kommt Darm noch raus und schießt. Du bist böse, oder? Konfirm! Oder? Du bist böse! Nein! Nein, bin ich nicht! Reicht! Da bin ich aber froh. Da bin ich aber froh, dass du nicht böse bist, ey. Wo willst du denn hin? Aber danke, dass du aus dem Wasser kommst. Das hast du ein bisschen einfacher gemacht. Der fliegt ja noch. Da stand Null. Wo ist er? Der letzte? Was ist mit Pain passiert? Was ist mit Pain passiert? Was heißt rumgeschwungen? Er hätte mich halt gewonnen hätte. Ich war dann so in der Luft, dass er mich erreichen konnte. Ich hab da total verwehrt. Ich dachte, du wärst der Wendsetter in dem Moment, weil er mich nicht abgestochen hat. Ja, Kapuze hatte wenig HP und Maxi hatte ich nicht direkt gesehen. Da dachte ich, oh, Items hat Full-AP und der ist doch gut. Ja, das ist doch irgendwie, ne? Hallo, Sir. Hallo. Kann ich Ihnen eine... Adieu, Sir. Eine Brieftauch. Eine Brieftauch. Die Leute, die hier stehen, sind immer Traitor. Also Pain und Badly. Naja, wir oben sind immer alle... Da in der Ecke sind immer... Ohne Abschieße. Ah, das hat keiner die Falle gesehen? Vorsicht! Oh, ich kann doch! Hat sie keiner gesehen? Ne, oben war nur ein Traitor. Alle, die zu dem Zeitpunkt oben waren, als sie gelegt hat, waren böse. Komm, dann bringen wir Nils um. Wie wär's? Bin ich dabei. Wer traut sich denn jetzt von oben aufs Trampolin zu spielen, dabei nach unten zu gucken? Trampolin ist was für Nils, hab ich gehört. Komm, wer... Items, du? Ich hab keinen Trampolin zu sehen. Ich bin da auch gerade gar nicht in der Nähe. Wer will denn jetzt von oben aufs Trampolin springen? Aber mit ankündigen. Guck mal, er springt von allein. Mach aus! Was? Der ist beschafft. Aber du warst Flo, das war langweilig. Ah, nee, Flo bist mit klein. Ich wollte flashen. Kapust du, ich weißt, wo das Trampolin ist? Ja! Du musst vom Haus runterspringen. Ja, jetzt ist das Haus, oder nicht? Wo bist du denn? Neben dir! Du bist Flo. Maloui, da musst du runterspringen. Oh, da ist die. Kapuze möchte. Da, da runterspringen. Kapuze, springt jetzt runter. Maloui, du musst wirklich gerade so... Oh, es schuckt mich! Schuckt mich! Schuckt mich! Kapuze! Wenn jetzt oben eine Bärmenfalle liegen, bin ich richtig sauer, ja? Ich sieh's mal. Das blaue Ding, der in dem Loch, oder das ist der Poli? Ach du Scheiße. Maloui, komm, wir machen das. Erst ich, dann du. Und weg da! Juuu! Ich hab aber... Da liegt der Heilige übrigens. Oh! Wird's passieren? Die sind nicht von mir. Maxi, weg da! Oh, 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 oh! Maxi, weg da! Was? 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 Das war wie so'n Drive. Oh, da ist einer runtergefallen. Okay, der war Trader. Warum war der Trader? Da liegt einer auf der Straße. Oh, okay. Dalu war Sidekick. Da ist noch einer. What the fuck? Okay. Hey, wir haben von allem etwas. Ja. So'n Fruchtsaladen. Oh, da schießt jemand auf mich. Ja, ich hab mir nicht geschossen. Ich bin mir nicht sicher, er war zu langsam für eine Vendetta. Äh, Payne läuft mit dem Grossbow durch die Gegend. Ne, aber scheinbar doch Vendetta. Aber ey, oben sind so viel gestorben. Wer hab ich von Maxi? Ich wollt grad sagen, oben sind so viel gestorben. Ah, nice leg, mate. Bei dem? Darf ich confirm oder nicht? Ja, der ist Traitor, der hat auf mich geschossen. Okay, ja. Aber da muss noch... Also, ich bin oben halt alleine. Na, ich hab... Alter, mach keine Dummheiten. Ich bin nicht dumm! Nein, du sollst ja auch keine Dummheiten machen. Okay. Wo bist du hin? Ich bin weggerannt. Ich bin jetzt auf dem Dach. Doch, wie? Das ist nicht wahr. Ich bin in die Garage gerannt. Bin ich da sicher. Ich weiß halt leider nicht. Du kann ich dich nicht aufnehmen, Mann. Warum solltest du mich aufnehmen? Nein, da unten liegt doch noch der Crossbow von Payne. Ich wollte ihn halt aufnehmen. Weil du da andere Gegenstände hast. Hallo? Ja, eigentlich nicht. Deswegen frage ich da. Kannst du den aufnehmen oder ist der einfach verbuggt? Kann auch weggeben. Nein! Ich bin Vendetta! Lass es nicht machen! Ich bin nicht Vendetta. Ich werde nicht hochkommen, Kapuze. Also du hast noch Punkte, wenn du die haben möchtest. Sehr schön. Hey, ne Taube! Ach du warst D, du warst das Messer hergehabt. Von Nils. Der war Vendetta, glaube ich. Der war mir echt nicht, wer sich HB anerböse war. Kann es nicht von Nils sein. So, ich war Vendetta. Werte diese Vendetta. Doch, der Vendetta droppt das auch. Der Vendetta droppt das. Hast du den Trampolin getroffen, Dalu? Ja, den Trampolin habe ich getroffen. Dann bin ich aber dann schon da, wo man landet. Den habe ich weggeschossen. Dann sind Maxi und ich runtergefahren, dann habe ich Maxi nur im Bein erschossen. Du kleiner Kamer. Verbrecher. Die Slow-Motion, ey Maxi kam da so angeflogen zum Trampolin. Ich dachte, die Slow-Motion ist vielleicht lustig. Der war ulkig. Ich dachte auch erstens Spiels. Ich dachte auch erstens Spiels. Ja, deswegen habe ich ja mit dem Deagle sogar schon geschossen. Spiels. Warte mal. Soja. Das war knapp, das war mein letzter Charge. Moment, ist das ein Traitor Raum? Ja. Gibt es hier ein Traitor Raum? Nee, ja. Der ist aus dem Game rausgefloat. Das macht nichts. Kannst du wieder drauf? Das ist ja so. Ich habe nichts gesehen. Hä kaputze ist der Painter. Kaputzes Marker. Wo ist er? Wir machen wir fertig. Hi. Wo ist er denn? Warten. Okay. Wie ist er denn? Wie ist er denn? Hoffentlich kommt Juli wieder drauf. Es kommt vor allem niemand von euch. Von daher ist es egal wer ihn hat. Oh nein. Aktiviert sich der Float jetzt immer? Ja, der Float aktiviert sich immer ja. Ich bin hier so aufzug reingegangen, der hört irgendwie auf zu fahren. Oh nein, du bist ja dann langsam gegangen. Boah ernst. Der braucht so ca. zwei Minuten hoch. Oh ja dann. Was passiert wenn ich im Float nach unten fahre? Das ist ja schön. Ich will wissen was passiert wenn ich im Float nach unten fahre. Da du nicht failst. Hat der Marker einen Job? Ich glaube ich. Ja oder? Oh schön. Dalu ist auf jeden Fall schon tot. Nein nein nein. Warum? Ich dachte du hättest sonst die Antwort gegeben. Ich habe die Frage nicht gehört weil ich warte auf den. Ich war noch am Schwer zu. Achso. Ob der Marker einen Job hat? Nein. Hat er nicht. Glaube ich. Ich bin mit dem. Ich war auch so. Also in der TTT2-Session hat er keinen. Hallo. Ich bin mit dem Trampolin runtergefallen. du bist mit dem trampolin runter ja ich habe mir das habe ich stand ja schon im fenster das macht doch keinen sinn irgendwas zu erzählen weil er ist ja nicht explodiert das hätten wir gehört ja aber es bringt ja keine drauf sonst ich glaube damit was gar nicht hoch gut dass ich am anfang der runde nicht einfach schossen ich dachte er hat ja gesagt seine shotgun habe ich überlegt ob ich ihm seine shotgun geben das ganze blut hinter dir im aufzug balu ja komm balu ist es er hat ein bummerang gedroppt ich habe einen traitor gekillt was machst du normalerweise nicht doch seit wir hier seit ttt zum desmatch wurde habe ich das mache ich das jetzt habe ich übrigens ein bummerang ich alleine spiel ich wohne jetzt hier ja du kannst ich komme nicht zu dir keine angst achte mir umso mehr angst wir haben übrigens nur zwei t ist glaube ich oder weil julie gefiltert zum runden start beim urlaub herr traiter ich glaube sowohl mcfly als auch ich werden nicht hochkommen ja ich bin auch gerade zu ihnen runtergekommen das ist gut ok stand off war kein stand off naja er hat im boomerang ja und was hattest du eine explosionswaffe wo sehen wir uns denn jetzt sehe ich in einem raum mit ganz vielen stühlen treppenhaus ganz vielen treppen schon wieder das passiert jedes mal nicht hätten wirklich jeder war unsere rennen es ist nichts passiert mit dem was waren gefühlt alle todes hat keiner mehr gesprochen da kommt jeder nach oben wurde nach und nach identifiziert und jeder hochgefahren es war tod ja aber ich war ja nicht allein sein können ich treffe den fucking peter einfach nicht nicht einmal ach so mit dem marker töten und wiederbeleben solltest die marker kann wirklich benutzen wenn du alleine bist du kannst du nicht mehr reden das meinst du kannst ja wiederbeleben dann sind sie auch markiert ja das ist aber eher egal es geht nur darum dass er markiert ist aber der keinen schaden mehr machen ich musste gerade eine fliege auf meinem arm töten die schon wieder da ist ich habe es für die fliege tötet bei louis hat eine fliege getötet also tut doch keiner fliege was soll hallo hallo also du kannst halt in diesem spiel du darfst keine sekunden die maus auf der hand lassen mit dem gesicht kratzen oder sonstwas weil es sei dass es direkt möglich könnte items gewesen sein dass er mir hinterher geschickt hat ich glaube es ist eher bei louis ach ja glaubt dann alle das hieß mit der musik ich glaube Kapuze ist tot da hinten in dem rauch passiert da sind jetzt schon zwei leute jeweils durchgelaufen durch den rauch ja ich bin gerade aus der garage und hier liegt auch eine leiche voller blut mit dem rauch ich bin gerade aus der garage und hier liegt auch eine leiche voller blut ich glaube ich habe das Gefühl dass Pain den getötet hat weil der Ausdauer nicht so kam weil ich geschaut habe wer den geschossen hat ich glaube du hast ihn geschossen ja und dran ist es sorry nee ich glaube Pain lass es doch lass es doch lag da jetzt der Fuß siehst du ich wusste es Pain ist wie lag da der Fuß er war noch oben ich habe ihn vorhin oben gesehen dementsprechend musste er den Zug geschossen haben das konnten nur Items oder er sein Items war eh nur ist Traitor wieder auf dem Dach klar die bleiben da immer oben ach du heilige bist du schnell die aber wer hat Items gekillt wer hat Items gekillt Items ist nicht an dem Zug der Items liegt relativ weit oben aber ich bin der Meinung der Zug kam von oben durchs Treppenhaus durch der ist jetzt hier noch und mittlerweile könnten alle unten sein Kapuze ist Leiche Kapuze muss auch vor dem Zug gekillt worden sein also ich war der Meinung der ging durchs Haus durch jetzt ist er einer im Keller und ich glaube Kapuze wird nee und ich glaube Kapuze wird die Team killt dann müsste doch liegt der unten im ja Kapuze mit Tee sein ja hier ist wirklich einer im Keller ja nein jetzt Maxi okay achso dann ist das okay wenn Maxi im Killer ist der ist mir jetzt hinterher gelaufen so Julie wird auch schon wieder tot sein ähm Kapuze ist tot Kapuze ist tot Kapuze steht wahrscheinlich wieder oben auf dem Dach und wartet nee sind wir nicht alle unten Walui ist hier McFly ist hier du bist hier wir sind alle unten Walui ich habe nicht geschossen nein das ist der hier McFly hast du Kapuze gekillt? ach Kapuze haben wir wieder Marker wieviel Glück kannst du Namen? Herr Peng hat leider Julie beim Zug erwischt aber die größte Grüße sind ich 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 das Baby ist gerade von Walui ich hab was gefreut du bist deswegen habe ich dein Leiche nicht gefunden ja ich bin ohne es hat perfekt es hat perfekt gepasst weil der Zug ist da oben gefahren erst wurde einer gekillt das war Alten so irgendwie 3-4 Sekunden später hast du dich beschwert nee weil diese scheiß Leit habe ich einfach nicht so ich hüpfe einfach runter und bin tot so blöd so blöd auch noch der Zug war gezielt so ins Treppenhaus gesetzt dass du ihm nicht entkommen konntest der Zug ist auf jeden Fall abgefahren weil der Zug ist tut 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 ich bin dein Zug nein I'm a train I'm a train I'm a train yeah nils wird mich gleich erschießen leider sind alle unten ist das noue ist keiner oben was will ich hier oben beim Oben werden ja einmal die bösen verdächtig also gehen wir nicht mehr hoch werden die bösen verdächtig da gehe ich aber der rückt nach oben ja das feuer wird das feuer wird verbreitet werden draußen vor der tür zwei beide die da draußen sind müssen sein ich bin es aber nicht ich bin runter gesprungen gerade von dem hohen dach er wird uns töten nein ich bin auf eurer seite er hat gesagt ich mache mit glaube ich wenn er da guckt ihr das an das geht den schocker und das denn runter den machen wir fertig ja sehr gut dann sind wir halt wieder los ja ja ich gebe dir backup kundrand ist schon länger tot nein ich habe mich gerade erschossen ja ich glaube du hast sie gerade confirm entführt hier gerade eine leiche ja bitte einmal gucken ob du noch punkt hat oder so was heißt jetzt in der zweite ja das ist der letzte ich hätte schreiben sollen dass es stücken soll er kommt ein super scharf detektiv ich versuche zu helfen es kommt daraus habe ich ja kein problem das kann darum pain war ja ja es war ja weniger und der kassiert einfach eine kugel das ist der letzte der letzte ja warten wir jetzt mal auf items oder was der hat ja die money gun geschossen lebst du noch lebt noch ja ja items hat die money gun den schacht runter geschossen als ich da stand er muss also noch leben ja auch pain geboren Oder wer auch immer da oben war. Hier ist ein Zombie runtergefallen im Schacht. Wieso? Er kann im Fahrstuhl gestorben sein. Ja, aber er hat wahrscheinlich im Fahrstuhl... Okay. Moment. Er wurde wahrscheinlich im Fahrstuhl wiederbelebt. Ich glaube, hier ist er schon. Jetzt werden die Totems kaputt gemacht. Der ist ein Necromanzer. Der kann doch kein Totems kaputt machen. Ja, aber es ist gerade ein Totem kaputt gegangen. Oder das Briefcase. Jetzt kommen die runter im Fahrstuhl. Jetzt. Runter. Okay. Feuer frei. Ja, Mann. Ich habe die Necromanzer die Moneygun abbekommen. Oh Gott. Leute, wenn euch die Runde gefallen hat, lasst gerne einen Like, da schaut man ja am Fahrmeister immer zu gut schauen. Tschüss.